Warum wir das X-Training machen, ist auf jeden Fall, es ist eine alltagsnahe Bewegung. Wir schulen praktisch das, was wir im Alltag machen müssen, zum Busrennen, Sachen aufheben, Kisten schleppen und genau deswegen sind wir hier beim X-Training. Das sind alles Leute, die für den Alltag fit werden wollen und kein Bodybuilder werden möchten, sondern schön aussehen für den Strand und genau deswegen sind wir hier. Super geil, geiles Training. Danke Kaya. Super geil, mir geht es richtig gut, ich konnte richtig Stress abbauen. Jetzt bin ich schön platt, freue mich auf die Dusche und Dank an Kai Hahn, ein guter Trainer. Ich fand das Training echt super und ich fühle mich danach immer richtig toll. Ist nach so einem stressigen Arbeitstag, den ich habe, ideal und es ist einfach fantastisch und gerne wieder. Danke Dennis, geil. 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 Untertitelung des ZDF, 2020